Hallo liebe Leute, ich bin der Robert und willkommen zu meinem ersten Solo Let's Play und ich habe mir dafür gleich was richtig dickes rausgesucht und zwar Dragon Age Origins. Ich steige mal direkt ein neues Spiel ein und wenn ich es hinkriege, gleichzeitig zu reden und meinen Charakter zu erstellen, dann muss ich es auch nicht rausschneiden. Jetzt bin ich erstmal still. Das Chantry zeigt uns, dass es die Hubris von Menschen, die die Darkspawn in unsere Welt gebracht hat. Die Magier haben versucht, um die Heavenen zu verabschieden, aber im Gegensatz zu verabschieden sie. Sie wurden verabschieden, verabschieden und verabschieden von ihren eigenen Verabschieden. Sie zurückgekommen als Monster, die ersten von den Darkspawn. Sie wurden eine Blight über die Lande, unstoppable und verlinkt. Die Dwarven Kingdoms waren die ersten zu verabschieden. Und aus den tiefen Weg, die Darkspawn hat uns wieder und wieder zurückgekommen. Bis zum Schluss, wir nahmen Annihilation. Die Dwarven Kingdoms waren die Dwarven. Die Dwarven, die Dwarven, die Dwarven, die Dwarven und die Dwarven sind. Die Dwarven-Wardens gebetet haben alles, um die Tide der Dunken und zu verlinkten. Das war vier Jahrhundert, seit dieser Krieg. Und wir haben unsere Vigil. Wir haben und warten, um die Darkspawn zurückzukommen. Aber diejenigen, die uns einmal heros haben, haben sich vergessen. Wir sind jetzt kaum, und unsere Warnungen haben schon lange gegründet. Es kann sogar zu lange sein, denn ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen gesehen, was auf dem Herzen liegt. Maker, helfen uns alle. Ja, wenn dieses Intro nicht mehr Lust auf mehr macht, so rum ist es richtig. Ganz schön schwierig. Dann weiß ich auch nicht. Also, ihr habt schon gesehen, der Text ist auf Englisch, die Sprache ist auf Englisch. Ich bevorzuge einfach die originale Synchro. So, also, ich spiele das jetzt schon das zweite Mal, und zwar kurz hintereinander. Meine erste Geschichte, ja, war schön, war ein geiles Spiel, aber hatte ein wenig ein trauriges Ende, so für mein Gefühl. Für die, die es kennen, ich sage nur Morrigan und Love Interest, ich glaube, das erklärt dann alles. Und für alle anderen, ja, mal schauen, wie es jetzt hier weiterläuft. Und im Laufe des Spiels erkläre ich so, wie ich das beim ersten Mal gespielt habe. So, ich mache wieder einen 11, war ich vorher auch schon. Und diesmal einen Zauberer. Und, ja, der schaut sogar fast schon so aus wie mein erster Charakter, ist ja witzig. So. Äh, erstmal Name. So. Okay, mal schauen, wie lange ich hiermit verschwende. Na, noch mal den. Na, der schaut mir zu alt aus, ich bin auch ganz junger natürlich. Na, das passt. Tattoos. Ja, ich höre zwar kein Black Metal, aber so ein Zeugs schmalig mir echt nur ins Gesicht. Oder? Ja, der schaut schon. Nein, nein, weg damit, weg damit. Fangen wir auch keine Farbe und auch keine Intensität. Haare. Ähm. Ich habe ja eher kurze Haare. So habe ich das erste Mal gespielt. Ich selber, ja, aber mir schaut es eher so aus. Wobei, das ist noch zu viel vorne. Na, ah, wo sie sind. Ja, das ist eher mein Stil. Aber es schaut doof aus. Also, weg. So, mindestens. Die Haarfarbe ist dann auch schon fast egal. Mal dunkel. Das kommt hin. Das passt so. Passt auch so. Auge. Huch. Huch. Äh, lass ich so. Kann man sich voll den Fisch bauen. Das ist echt witzig. So, ist auch okay. Auf Farbe sichten wir eh nicht viel von einem eigentlichen Spiel. Äh, äh. Ich finde das witzig. Zack, zack, zack. Nase habe ich auch. Na, dann lassen wir den Standard. Das passt. Schaut eigentlich okay aus. Und schon auch okay aus. Mensch. Uh, nein. So. Ja, als 11 muss der irgendwie... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sehr schlank wirken. So stelle ich mir einen Elfen vor. Kantig. Na, das sieht man hier besser. Na, das schaut aber doof aus. So. Das ist fast wie das erste Mal durchspielen. Das ist echt witzig. Ja. Boah. 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 Na, servus. Das ist ja nicht. Immerhin. Boah. Abgemagert. Nein, warum auch nicht. So, Portrait. Hey. Ich bin ein bisschen hochnäsig. Ich bin ein bisschen hochnäsig. So. Nein. Hm. Ja, ein bisschen in die Fresse ziehen. Nein. Passt so. So. Okay. Wie machst du das? Grüß. 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 Ich bin sicher. Grüß. 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 Ich mach das da. Das passt. So. Den Nachnamen kann ich leider gar nicht ändern. Bisschen doof. Also. Auf geht's. Ich bin ein Zauberer. Also. Magie. Damit ich stark zaubern kann. Damit ich viel zaubern kann. Und damit ich was einstecken kann. So. Herbalism ist gut. Kann ich mal meine eigenen Tränke brauen. Combat Training. Poison Making. Ja. Und ich kann natürlich schön überzeugend reden. Ganz wichtig. Creation. Heilung. Oh ja. Sehr gut. Heilung nehme ich gleich mit. Und ich würde gerne so ein Naturkatastrophen zaubern können. Ich gehe auf Feuer. Normal. Passt. Ja. 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 Nur mit dem Unterschied, wenn ich versage, werde ich getötet. Ansonsten besteht nämlich die Gefahr, dass Dämonen in die reale Welt eintreten. Dafür gibt es die Templer. Die Templer wachen über die Magier, dass die ihre Macht nicht missbrauchen. So, da ist jetzt auch schon der erste Gegner. Was kann ich denn jetzt eigentlich? Ich mach das hier mal groß. Und was habe ich im Inventar? Ja, plus 1 auf alle Attribute nehmen wir mit. Das ist auch schon mal besser. Was bist du? Okay, alles was ich habe ist dieser Gürtel. Und das bisschen was ich jetzt zum Zaubern habe. Okay. Das war ja einfach. So. Es gibt hier auch unglaublich viel zu lesen in dem Spiel. Ich werde das nicht alles tun. Weil da, ihr seht schon, da wird man nie fertig. Manche Sachen sind kurz, manche Sachen sind richtig, richtig lang. Und wenn ihr wollt, ich werde sie euch zeigen. Ich werde mal kurz durchscrollen. Ihr könnt dann im Video anhalten. Und das für euch in Ruhe lesen. So, hier gibt es noch die Personen. Ja, der Irving, das war der Mann mit dem Bart. Das ist der oberste aller Magier. Und der Gregor ist der Anführer von den Templern im Turm. So. Senior Leadership. Ah, das haben wir ja noch gar nicht gesehen. Ist quasi der Abspann, die Credits am Anfang. Oder so. Ja, Pranks. Wunderbar. Egal. Gehen wir mal weiter, dass wir das hier mal schaffen. Er schaut schon total. Huch, da ist gleich der Nächste. Abgefahren aus hier, ne? Zack. Zum Glück halten die nicht so viel aus. Irgendwie sehne mich irgendwie an Xen. Diese Alienwelt aus Half-Life 1. Außer ihr nicht ausgeschaut. So, was ist das? Ja, du bist eine Ratte, die reden kann, ne? Du denkst, dass du wirklich hier bist, in diesem Körper? Du bist so, weil du denkst, dass du das machst. Es ist immer das gleiche. Aber es ist nicht deine Schuld. Du bist in der gleiche Lande, wie ich war, nicht wahr? Verst du mich an dich in der Fade? Du kannst mich... ...wäh, Maus. Wie ich gesagt habe, in diesem Ort bist du, wie du dich fühlst, wie du dich fühlst. Ich glaube, ich war so wie du. Vorher. Die Templer töten dich, wenn du zu lange dauernst, duhst du. Sie denken, dass du nicht verloren hast, und sie nicht wollen, dass du etwas rauskriegst. Das ist das, was sie für mich gemacht haben, denke ich. Ich habe keinen Körper, um zu retten. Und du hast nicht viel Zeit, bevor du dich das gleich ist. Tja, und wie lange hat man denn Zeit? Ich... Ich... Ich erinnere mich nicht. Ich fuhr weg und ich... 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 Ich weiß nicht, wie lange... Sehr hilfreich. Hm... Tja, mir passiert das nicht. Das hat schon gesagt worden, aber du wirst nicht die Gefahr. Es ist etwas hier, die enthaltene. Nur für einen Apprentiss, wie du. Du musst die Kreatur, einen Dämonen, und es resistieren. Wenn du kannst, das ist dein Weg rauskriegst. Oder deine Gegner, wenn die Templer nicht zu töten. Ein Test für dich, ein Tees für die Kreaturen der Fade. Und du kannst, das ist dein Weg rauskriegst. Ja, jetzt habe ich eine Ratte als Haustier. Das ist dein Geist, der Geist ist nicht weit. Geh nicht nach vorne, falls du bereit bist, um zu kämpfen. So, das kennt ihr schon alles. So, Lyrium. Da geht's dann wohl zur Sache. Das schaut irgendwie sehr auffällig aus. Ich erkunde mal noch ein bisschen weiter. Vor allem gibt's Erfahrungspunkte. Ja, passt schon. Zack. Kaputt. Äh, twisted structure. Die schwarze Stadt. Ja, wie gesagt, ich werd's nicht lesen. Es ist einfach zu viel. Hm, oh, da drüben, nein, da. Man kann sich das schon fast vorstellen, wie diese Bücher von George R. R. Martin. Unglaublich viel, unglaublich lang. Also, was willst du? Ich brenne nicht. Your mages have devised a cowardly test. Better you were pitted against each other to prove your mettle with skill, than to be sent unarmed against a demon. You are not the first sent here for such testing, nor shall you be the last, I suspect. But you remain means you have not yet defeated your hunter. I wish you a glorious battle to come. I am Balor, a warrior spirit. I hold my weapons in search of the perfect expression of combat. They are brought into being by my will. I understand that in your world, mages are the only ones who can will things into being. Those mortals who cannot, must lead such hollow, empty lives. Without a doubt. In this realm, everything that exists is the expression of a thought. Do you think these blades be steel? The staves be wood? Do you believe they draw blood? A weapon is a single need for battle. And my will makes that need reality. Do you truly desire one of my weapons? I will give one to you. If you agree, to duel me first. Valor shall test your mettle, as it should be tested. If I believe you capable of slaying the demon, I will stop the duel and give you the star. If I find you unworthy, I will slay you. I trust those rules are simple enough to remember, mortal. How dare you accuse me? I am no demon preying upon helpless mortals to steal their essence. I am a being of honor and valor. I am a warrior. You are insolent. But your will is unquestionably strong. Very well, mortal. You prove to me that you possess the strength to resist this demon. Go. Prove your worth as you must. I am confident you will succeed. No commander! Pass mal auf, du kriegst mal gleich mal ein bisschen Feuer. So, dann könnt ihr euch das Wolfzeug durchlesen. Das ist gleich der nächste. Der war ja gar nicht so schwer. Hey, mach rein. Ist das ein blödes Spiel? Jetzt allein. So. So, was macht die Maus? Einfach nur rumstehen. Sei vorsichtig. Hier ist ein anderes Spirit. Nicht der, der dich schämen, aber trotzdem. So, du bist der Mörder, der schämen. Und der kleine? Ist er für mich ein Essen? Für mich. Ich mag das nicht. Er wird uns nicht helfen. Wir sollten gehen. Nein. Kein Problem. Der Dämon wird dich eventuell holen. der Dämon oder der Dämon. Der Dämon. Und das ist ein großer großer Bünder. Und ich sage, du kannst das nicht mehr schämen. Ich sage, du kannst das nicht mehr schämen. Ich sage, du kannst das nicht mehr schämen. Du bist hässlich. also wenn hier mal einer nervig ist nicht Du bist eine Form, aber ich bin unbezüglichen, um zu Beginn einer solchen Verlust zu beginnen. Wie Sie, Mordel, können Sie es bezeichnen, aber nicht alle Dämonen sind Dämonen. Hören Sie sich über denjenigen, die Sie schützt. Ich habe eine sehr schöne Arbeit. Ich habe. Warum? Du brauchst mich? Geh. 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 Er sieht力. Es ist möglich. Es könnte möglich sein, dass er dich wie ihn könnte. Wie ich? Wie ich? Geh. 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 Warum? Geh. Warum? Die meisten Menschen sind zu verabschieden zu ihren Formen. Sie lernen die Veränderung. Du, auf der anderen Seite, kleiner, kannst du ein besserer Studenten sein. Du hast die Formen von Menschen schon seit Jahren geholfen. Ich glaube nicht, dass ich einen sehr guten Bär machen würde. Wie würde ich schlafen? Wir? Ich habe mehr in diesem Ort in diesem Ort, als du denkst. Angst ist nur eine andere Sache. Aber du hast recht. Geh. Es hilft nicht. Entschuldigung. Es ist die Fade. Es ändert dich. Ich versuche. Ich versuche, dass du ein Bär bist. Wenn du mir教stst. Entschuldigung. Das ist schön. Aber die Übung... ... ist so verabschiedend. Geh mit dir jetzt. Ich sagte dir, er wird uns nicht helfen. Du möchtest meinen Formen lernen, kleiner Junge. Dann habe ich eine Herausforderung für deinen Freund. Antwort auf drei Riedel richtig. Und ich werde ihm教en. Hörung. Rätsel. Und ich werde euch beide. Die Entscheidung ist deinem. Wahrscheinlich nicht. Die Überraschung ist schwierig, zu kommen. Und ich werde ihn in den Platz von Emil. Wenn ich kann. Ich bin nicht sicher, dass ich ihn mit ihm auch mit dem. Komm, das machen wir jetzt mal. Oh. Das wird mehr und mehr promisierend. Was hast du zu bieten? Der erste Blut ist das. Ich habe Seen mit keinem Wasser. Koste mit keinem Sand. Städte ohne Menschen. Räume ohne Land. Und... Was bin ich? Ich habe eine Karte. Ja. Ja. Woll. Verrückt. Lass uns weitergehen. Der zweite Riegel. Ich bin wenig zu touchen, aber oft gehalten. Wenn du es hast, dann benutzt du mich gut. Was immer. Der zweite Riegel braucht Wetter, oder? Nein, ich bin ein Rätsel. Was ein Geheimnis. Stell dir noch an. Es ist nur du und ich, und es wird nicht nur ich sein. So geht es auch. Hm, so geht es auch. Bin ich ein Bär? Es fühlt sich schwer. Hm, knapp genug. Geh dann, und verletze deinen Dämonen, oder was auch immer du willst. Ja, wenigstens ist der Bär nicht zu hässlich wie dieser da. Okay, nachdem es hier nicht weiter geht. Dann gehen wir jetzt mal zum letzten Kampf, hm? So. Ach, schon wieder ein Wolf. Da hinten auch. So, so steht er schön. Wunderbar. Alle in einer Reihe. Okay. Und jetzt gibt es Feuer. So, stopp, 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 stopp. Dann mal den Berg. Okay, so, wo war das jetzt? Oh, jetzt brennt es da auch schon. So, bevor ich da reingehe, meine Zeit ist um, mache ich mal einen kurzen Cut, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.